Schaut euch das gute Stück an. Es sollten mindestens zwei Shinies in diesem Display drin sein. Es können auch drei drin sein. Hast du schon? Guck mal, Spinnnetze einfach. LOL Ruf der Legenden. Das war mehr wirklich. Wow, das ist wahr. Wow. Okay, du legst los mit deinem allerersten Booster. Direkt das Shiny meinst du? Carpador. Oh, jetzt bin ich durchgeleuchtet, Bruder. Oh mein Gott. Aber doppelt. Ist die Reverse? Ja, ist die Reverse. Oh mein Gott, macht die anderen. Ohhhh. Digga. Alter. Richtig starkes erstes Pack, Bruder. Boah, die sind clean. Und links einen ganz kleinen Punkt. Oh, jetzt nicht. Ansonsten super clean. Nee, nee, danach noch eins. Fünf Karten und dann Reverse, glaube ich. Okay, Reverse, Rare, Reverse, Rare. Und good. Jawoll, Junge. Junge, let's go. Nice, Alter. Digga, da bist du schon mal ganz gut mit dabei. Auch für die Top 6 Holos. Ja, safe. Mit zwei. Die ist ultra geil. Und. Keine Shiny in deinem ersten Deck, aber ein Hundemon. Reverse, Rare. Kann ich nicht sagen, aber hab schon Dispers mit fünf gesehen, Digga. Was? Und? Oh, dann, wo sind sie denn? Gönn. Oh, ho, ho, ho. Habe ich erst gar nicht gesehen, Digga. Ich hab's auch erst nicht richtig gesehen. Funtimi. Digga. Du hast bisher nur Holos. Gönn mal, Junge, come on. Ich spür, ähm, solange in die erste Scheibe. Ich spür, glaube ich, auch so lange. Jaaaa! Geil, Digga. Alter. Geil, Digga. Funtimi muss auf. Die weißen Reversen draus. Oh. Erster Bruch, oder? Da muss ein Polo sein, sonst... Oh, das war der erste Abschluss für Lackenbruch. Ja. Gönn. Oh. Oh. Kein Jogren. Gönn. Ah, rein wohl. Schmutzig. Come on, viel Glück, Chris. Gönn. Es ist ein Geo. Let's go, Digga. Nice, Alter. GGs. Die One-Pack-Magic, Bro. Alter, Leute, die erste Scheibe ist immer noch nicht raus, Alter. Was passiert? Gönn. Oh. Gönn. 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 Insane. Alter, sehr geil. Jetzt aber kommt eine geile Reverse. Oh. Was auf sie, Digga. Gönn. Oh. Zum dritten. Jetzt mach es, Junge. Oh, ist das schwer? Nein. Keine Scheine, aber Chris ist... Holokan, 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 Holokan. Holokan, Holokan. Holokan, Holokan, Holokan. Oh. Oh. Das ist das schlechteste Booster, was kommen kann. Was ist das? 100 Euro in Wind geschaffen. Yes. Janis. Oh mein Gott. Jetzt kommt eine. Halbes Display. Das ist halbes Displaypoint. Und wir haben auch keine Scheine gezogen, Brunner. Jedes Fan könnte es jetzt sein, ne? Das erste Mal vor der Kamera. Ronja ist sogar da. Ronja ist da. Öffnen ist kein Problem. 25% Chance auf Shiny, schreibt Kaldi. Kaldi gönnt nicht. Wer weiß, ich ziehe immer viel zu gut. Komm, viel Glück, Bruder. Die Chance hatte ich auch. War ich schon dran, Oliver? Nein, du warst noch nicht dran. Das ist grad der 18. Booster, ist das, ne? Das ist grad Halfway im Markt. Das ist der 18. Booster. Und wir haben noch keine Scheine gezogen, Uti. Und du warst auch noch nicht dran. Ivi. Okay, und jetzt. Die Glück. Die Glück. Die Glück. Die Glück. Nein. Oh, oh, oh. Gut, das ist nicht die... Aber komm, da wenigstens irgendeinen schönen Hut. Oh, Haarbruch. Oh, nein. Bruch. Oh, du Scheiße. Ich komm noch mal zurück. Die Glück. Die Glück. Die Glück. Die Glück. Oh, was denn? Wo sind sie? Oh, das sieht aber wild aus. Großes Holo. Ich hab mich gefreut. Ich muss sagen, Leute, aber wir hatten bis jetzt noch auf einer Holo noch nicht eine Pünneln. Und die Karte ist, glaube ich, bis jetzt die cleanste, die wir hatten. Die hatten schon auf eine 10. Wäre es möglich, dass es visiert wäre, aber ich glaube, es kommen die Scheine. Ich hab zum Beispiel einen anderen Boxback gesehen, da kamen die auch erst in den letzten 10 Packs oder so. Nach Taga könnte auch noch drin sein. Komm, jetzt gönnen bitte. Oh Gott. Oh. 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 So viel dazu. Die dritte. Die dritte Reverse-Energie. Oh. 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 Das wird jetzt auch was, glaube ich. Wir haben jetzt hier. Das müssen wir eigentlich mal wieder mal haben. Wir sehen es ja. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Oh, das war doch nicht. Oh. Oh ja, das istや. chill. Ich hab den für mich jemals hebe, bis jetzt. Bitte, machst du wenigstens ne geile Revers. Kickli. Ich glaub, wir hätten's mittlerweile durchgedritten. Ist doch schon mal keine Revers. Digga, ist einfach keine drin. Hm. Komm, jetzt kommt noch Holo. Schlechtes Arrange-Set. Dann wär ich fein. Ich will, bitte mach eine Holo. Ich wär so drüber gebrochen. JAAAAA! JAAAAAA! JAAAAAA! JAAA! JAAAAAA! 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 Digga, Let's. Das ist ultra geil. Aber Printline, leider. Du hast auch noch Marken. Der zittern wie so nem Alkoholkrank. Das klingt gar egal. Der war aber über den Zug lang nichts Gutes gezogen. Jetzt kommt das Holodacken geflattert. Auch noch zum Pilot passt's auch. Ein bisschen zentra... Ich bin auch ein Kaditischer. Geht zu Beckett. Warte, warte, warte... warte, 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 warte! Kurz voll verstanden. Hier übrigens die letzten drei Karten. Keili schreibt, er dachte, Gollum hat seinen Ring wieder. Was? Keili schreibt, er dachte, Gollum hat seinen Ring wieder bei dem Geschrei. Ich brauche halt mal... Easy. Brauchst du den Booster? Oh, Junge. Oh mein Gott. Geil, Pilot. Ding ist rasset richtig aus. Yannis! Oh-oh. Das ist nachdem wir zum Udo gezogen. Aber, Bruder, wir haben... Digga, das ist der 22. Booster. Wir haben noch keine Scheine gezogen. Bruder, ich glaube, die Chancen sind real top bei über so 30%. Jetzt ist es soweit. Gön! Gön! Oh nein! Gön! Gön! Kompletter Pro. Das ist Kompletter Pro. Gön! 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 Mogelbaum! Vier Stück! Aber viele von denen... Krass! Vier Stück? Oder die haben die ausgetauscht mit Chinese einfach. Die Energien sind jetzt... Reverse Energien. Und jetzt vielleicht noch eine hohe... Oahhhh! Oahhhh! Leute, wo sind die Shinies? Ne, ne, Akku noch gar keine Shiny, Bruder. Noch nicht eine, Digga. Wir haben nur noch 13 Booster. Mach es jetzt deiner, ne? Ja. Es kann doch nicht sein! Null einfach... Es kann doch nicht sein! Es kann doch nicht sein! Ahhhh! Oahhhh! Oahhhh! Wie war's für Erd, von der? Oah, Mensch, Digga, Swirl. Hast du die schon? Ja, ich schon, ja. Aber jetzt noch meinen Booster frisch. Ja? Ey, komm, aber mit Swirl, Charlotte. Ja, geht fit. 24 haben wir aufgemacht und wir haben noch nicht eine Shiny gezogen. Kein Rayquaza, Lugia, kein Natara. Pokémänner! Pokémänner ist dran! Oh mein Gott! Jan, bist du bereit? Hab ich gespoilert. Wani, Wani. Ja. Wir haben Mokchan! Und Leute, wir haben hier die erste Shiny! Endlich, Junge! Pokémänner ist eigentlich absolut gegönnt. Mames, du, an der Stelle ist schon mal leid. Aber du hast ja noch Booster. Du hast ja noch Booster. Insane Shiny jetzt. Insane Shiny, Alter! Da bin ich auch dann froh, dass ich es schon habe. Hast du schon! Dann ist das ja noch verkraftbar. Dann ist das nicht so ein Hodenbruch. GGs an Ehren, Digga! Oh mein Gott! Stark! Nice! Also GGs auf jeden Fall an Pokémänner. Pokémänner hattest du Lugia-Artwork? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Nervenquitz. Komm, jetzt Gönn. Gönn, Mann! Ich glaube, die habe ich schon im Reverse. Hast du die nicht schon einmal im Reverse? Heute sogar? Ne, heute nicht, aber... Okay, aber dann Boosterfrist ist sowieso noch mal cool. Aber komm, wir müssen belieben. Es sind noch heftige Holos. Es ist halt schade, dass man eigentlich die Scheine nicht ziehen kann. Oh! Let's go! Das ist auch ein nice Holo, Alter. Das ist einer der schönsten Narada-Support. Ja. Komm jetzt! Jetzt einfach nur Schimmern sehen. Ja, Mann. Das muss gönnen, ich muss noch gönnen. Komm, bitte, bitte. Ich guck jetzt auch gar nicht hin, Bruder. Ich zieh jetzt auch einfach runter. Komm, 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 komm! Jaaaa! 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 Let's go, Digga! Jaaaa! Gip, 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 gip! Mapp nice, Digga! Die haben auch eine der schönsten Digga. Ja, Mann. Das war nice. Also neun ist safe, Digga. Ich hab Karten gesehen, die waren schlechter als die hier. Die haben bei PSA eine 10 gegradet. Safecore 23, Digga. Die hat Chancen noch. Die hat definitiv Chancen noch. Das wäre... Oh mein Gott! Also ganz kurz, guck mal. Also keine Printline. Oben hat die gar nichts. Unten halt dieser kleine... Centrum ist auch okay. Das einzige was hier hat, ist wirklich unten dieser Dot. Und sonst wirklich nichts. Es ist keine... Keine Printline. Kein Gornix, Digga. Wir machen wieder. Wir gucken jetzt wieder nur auf Kamera. Ah, auch gut. Aber jetzt. Reikwaser-Holo. Abhebung. Reikwaser-Holo! Rapaus! Rapaus! Das ist... Officer Nase! Ich glaube... Utleber, das bist du. Utleber! Bist du bereit? Für deinen Uri-Bus. Keine Shiny und ist ein K-U-S-A-O-O. Aber jetzt eine dicke Holo. Reikwaser-Holo. Ein Arta-La-Lu-IA. Bist du im Koffenkur. Keine Holo, kein Holo. Kein Holo, kein Holo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooo. Ein Volnona-Holo für Utleber ist auf jeden Fall ein solid Hit. So ein geiles Artwork, Digga. Mit Feuerstein. Alter, für ein Pack, Digga. GG! Das sehe ich, das gibt's nicht, das gibt's nicht, ne. Magma. Ruhepix. Einfaller! Let's gooo! Oh ja! Hallo Marc! Ja das ist nochmal richtig gut, das ist echt besser als die weißen Holos, ne? Check, 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 check! Jaaa! Wie man's am Ende, das war echt krass. Ja, ja, safe! Jetzt wäre Shiny nicht dabei gewesen, kompletter Punkt. Ja. Shiny hat's echt krass.